Die nordwestsyrische Region Afrin ist inzwischen unter türkischer Kontrolle. Werden wir in kurzer Zeit auch Tel Rifat unter Kontrolle bringen und das Ziel dieses Einsatzes erreichen. In Hannover mehrere hundert sie verurteilten den türkischen Einmarsch auf syrisches Territorium und kritisierten zudem deutsche Waffenlieferungen an die Türkei. Die gegen Kurden eingesetzt würden Quelle ntv.de Die gegen Kurden eingesetzt würden Quelle ntv.de Die gegen Kurden eingesetzt würden Quelle ntv.de Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.